Yo, mein Name ist Kontra K, gute Durchgaten, ich bin noch da. Das Ding ist so krass. Wir haben ein krasses Album gemacht, wir haben neue Musik gemacht. Ich denke, man sagt am besten, das ist wie mit dieser Flamme. Man macht Mucke, weil man sie liebt, weil man für was brennt. Wenn du keinen Bock mehr hast, dann solltest du es anders machen, aber du wieder Bock hast, ich hab wieder Bock. Irgendwann fängt man an, darauf zu achten, was jemand anders will, was der will, was der will, was der will. Und dann macht man es nicht mehr aus Liebe, sondern nur, weil man irgendwem gefallen will. Und dann ist das Beste, man macht es, weil man für sich selber brennt. Und deswegen haben wir dieses Album gemacht, für den Himmel durch die Hölle, erscheint im August. Die erste Single Life Social Media. Sag mir, wieso du dich hast. Echte Musik, echte Instrumente, echte Texte, echte Liebe, echter Hass und echte Stunts. Deswegen, pre-save dieses Album, bleibt dabei, vor mir viel Liebe steigt ein in diesen Zug, Alter, wir fahren los. Bis zum nächsten Mal.